Und mal eine Runde. Crystal Ball. Das Jund. Mal los. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Oh, mit 5 hat er es nicht so. Und letzte Freispiel. Bleibt dabei. So, schauen wir mal hier eine Runde rein. Ob wir ein paar Freispiele bekommen. Mann, da passt ja auch nicht. Krass. Krass. Ein schöner Appetit der Bursche hier. Mistkiste. Das war eindeutig schade. Und hier mal eine Runde. Black Pearl Deluxe. 2 Euro. Mal schauen, ob die Murmel kommt. Und hier. Los, rüttel schneller. Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Da ist er. Ich gucke mal. Ich gucke mal, ob sie kommt. Na, da kommt sie. Sehr schön. Das trägt nicht wirklich was da hinten. 34. Ah, schade. Da. Und da. Da. Bis dann. Bis dann. Ich gucke mal. Bis dann. Hahaha. 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 Hahah. Hahaha. Okay. Oh, es kommen nur aus. auch nicht wird es aber eng letzte chance ja da gibt es noch mal los jetzt was vernünftigt dein ernst 10 und da verließ er uns das war's und zwölf freispiele mystic force na du komm mal gleich oder ende hier wow im zehnten spiel ganz große klasse na wenn das keine nullnummer war 48 ist ja eigentlich ein fall für die karte weg versenkt einmal nix und wir schauen mal hier noch ein rein zwei euro magic stone gucken ob die klamotten kommt durch erflitzt da war es 40 lump da ist er ach das bringt nicht wirklich was neun wäre nett ach was da für käse versenkt es kommt mir nicht noch kein stein na du wirst doch nicht ist denn dazu fassen so ein frechdachs ja komm weiter 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 los 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 komm ja man haha geil äh den in jo ey alter oh shit das bild jo sauber krass schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF für funk, 2017